11 Mythen, an die fälschlicherweise jeder glaubt Es gibt so viele falsche Mythen, die wir von Tag zu Tag verbreiten, dass es eigentlich an der Zeit ist, dass die Welt der Wissenschaft eine eigene Abteilung gründet, die sich der Entlarvung von Mythen widmet. Andernfalls werden die Menschen weiterhin glauben, dass die Sonne gelb ist, Bier dick macht und dass es in Ordnung ist, den Mund nach dem Zähneputzen mit Wasser auszuspülen. Schau dir dieses Video an, um zu sehen, wie einige der akzeptiertesten Fakten völlig falsch sind. Ach und außerdem, vergiss nicht auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Los geht's! Mythos Nummer 11. Bestimmte Teile der Zunge sind nur für einen bestimmten Geschmack empfindlich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam der deutsche Wissenschaftler D.P.Hanik zu dem Schluss, dass verschiedene Teile der Zunge gleichermaßen in der Lage sind, den Geschmack zu bestimmen, obwohl die Reaktionsgeschwindigkeit etwas unterschiedlich ist. Nach jahrelanger Forschung bestätigten Wissenschaftler diese Aussage. Also, wie ist dieser Mythos entstanden? Es stellt sich heraus, dass Edwin Boring, ein Psychologe an der Harvard University, einen Fehler gemacht hat, als er die Werke des deutschen Wissenschaftlers übersetzte. Dieser Fehler veranlasste jeden zu glauben, dass die Spitze der Zunge süße Speisen schmecken kann, die Rückseite der Zunge bittere Speisen und die Seitenteile saure und salzige Speisen schmecken können. Mythos Nummer 10. Männer bekommen Bierbäuche vom Bier. Gib dem Bier nicht die Schuld für deinen Bauch. Es wird allgemein angenommen, dass Männer, die ständig Bier trinken, am Ende einen vorstehenden Bierbauch haben. Aber nicht das Bier ist dafür verantwortlich, sondern die Fülle an ungesundem Essen, die oft mit dem berauschenden Getränk einhergehen. Der Alkohol im Bier reizt die Magenschleimhaut und verursacht so einen erhöhten Appetit. Aber das ist noch nicht alles. Dr. Michael Jensen, ein Endokrinologe und Spezialist für Fettleibigkeit an der Mayo-Klinik in Minnesota, USA, sagt, dass Bierkonsum die Leber dazu bringt, Alkohol statt Fett zu verbrennen, sodass sich Letzteres in der Talian sammelt. Und warum genau das? Aufgrund der physiologischen Eigenschaft von Männern wird Fett im Bauchbereich gespeichert. Bei Frauen sammelt es sich in den Hüften und im Gesäß an. Mythos Nummer 9 – Hunde sehen die Welt in schwarz-weiß Als wir Kinder waren, wurde den meisten von uns gesagt, dass Hunde die Welt schwarz-weiß sehen. Die Wahrheit ist, dass sie Farben unterscheiden können, nur nicht so, wie wir es tun. Jay Nights von der University of Washington in Seattle bewies, dass unsere pelzigen Freunde in der Lage sind, eine begrenzte Farbpalette wahrzunehmen. Das heißt, sie können Objekte gleicher Form unterscheiden. Im Allgemeinen ist die Sicht eines Hundes sehr ähnlich wie die einer Person mit Rot-Grün-Blindheit. Mythos Nummer 8 – Karotten verbessern das Sehvermögen Dieser Mythos entstand während des Zweiten Weltkriegs. Die britische Armee behauptete, dass Kampfpiloten aufgrund des Verzehrs großer Mengen an Karotten eine ausgezeichnete Nachtsicht hätten. Tatsächlich hatte das britische Flugzeug ein Radar an Bord, das es schneller und einfacher machte, den Feind zu erkennen. Die Botschaft über die wundersame Kraft der Karotten wurde von den Medien erfunden und verbreitet, sodass Feinde nichts über diese neuen Technologien zur Erkennung von Flugzeugen erfahren konnten. Der Mythos wurde so populär, dass er sich über die ganze Welt verbreitet hat und viele Menschen glauben immer noch, dass das Essen von Karotten dazu beiträgt, die Sehkraft zu verbessern. Mythos Nummer 7 – Wenn du unmittelbar nach einer Mahlzeit im Meer schwimmst, könntest du ertrinken. Erinnerst du dich, dass dir gesagt wurde, dass man 30 bis 60 Minuten nach dem Essen baten solle, bevor man schwimmen geht? Die meisten Menschen tun es und viele glauben, dass die Nicht-Einhaltung dieser Regel gleichbedeutend ist, dass der Tod durch Ertrinken eintreten könnte. Aber glücklicherweise ist dies nicht der Fall, da es bis heute keinen einzigen registrierten Fall von Ertrinken wegen einer kürzlich stattgefundenen Mahlzeit gibt. Aber es ist erinnenswert, dass das Schwimmen nach einer Mahlzeit ein unangenehmes Gefühl im Magen verursachen kann. Aber das ist wahrscheinlich nicht gefährlich und schon gar nicht lebensbedrohlich. Mythos Nummer 6 – Wenn du ein graues Haar herausziehst, wachsen zwei graue Haare nach. Irgendwie ist die Welt überzeugt davon, dass, wenn man ein graues Haar herauszieht, es zwei neue ersetzen wird. In Wirklichkeit, wenn du ein graues Haar herausziehst, wird ein graues Haar es ersetzen. Aber nur eins, nicht zwei. Randy Schüller, Kosmetologe und Chefredakteur des Blogs The Beauty Brains, sagt, dass das Haar wieder nachwachsen wird, da der Haarfollikel, also die Haarscheide, die die Haarwurzel sackförmig umgibt, erhalten bleibt. Mythos Nummer 5 – Dein Körper wird im Weltraum explodieren So schnell wie die Technologie heutzutage voranschreitet, ist es durchaus möglich, dass du bereits zu deinen Lebzeiten noch Tickets ins All buchen kannst. Also lass uns daher jetzt eine unbegründete Angst aus dem Weg räumen, nämlich die Angst vor einer Explosion im Weltraum. Sie sollte nicht das sein, was dich zurückhalten könnte. Denn du wirst nicht sofort explodieren, sobald du da hinausgehst. Nach etwa 30 Sekunden wirst du jedoch nicht mehr atmen können, weil es keinen Sauerstoff gibt. Stell also sicher, dass dein Weltraum-Tourpaket einen Schutzanzug und viel, viel Sauerstoff enthält. Mythos Nummer 4 – Die Sonne ist gelb? Nimm dir eine Sekunde Zeit, um dich an all deine Kindheitszeichnungen zu erinnern. Die grünen Hügel, die hohen Bäume, den blauen Himmel und was noch? Oh, die gelbe Sonne. Es mag schwer zu glauben sein, aber die Sonne ist überhaupt nicht gelb. Ja, sie kann gelb aussehen. Das Sonnenlicht erscheint gelb. Und wenn die Sonne scheint, sieht alles, naja, viel mehr gelblich aus. Also, welche Farbe hat sie dann? Es ist eigentlich weiß. Die Sonne erscheint uns dank unserer Atmosphäre gelb. Sterne, die eine Temperatur von 10.000 Kelvin haben – das sind 9.727 Grad Celsius – sind blau. Sterne, die einige Tausend Kelvin haben, sind rot. Die Temperatur der Sonne liegt irgendwo dazwischen. Und deshalb wissen wir, dass sie eine deutlich weiße Farbe hat. Öffentliche Toiletten gibt es in allen Formen und Größen und leider auch in allen möglichen hygienischen Bedingungen, die nicht immer zufriedenstellend sind. Die gute Nachricht ist, dass du die Toilettensitze nicht so sehr fürchten musst, wie du es vielleicht tust, denn die Keime haben einen viel besseren Ort zum Spielen gefunden – Türgriffe und Badezimmerböden. Da du selten die Sohle deines Schuhs berührst und es nicht so schwierig ist, ein Taschentuch zum Öffnen der Tür zu verwenden, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du keine gefährlichen Stämme von Antibiotika-resistenten Bakterien aufnimmst. Die meisten krankheitsträchtigen Organismen sterben bereits nach kurzer Zeit außerhalb des Körpers, sodass du keine Angst haben musst, sexual übertragbare Infektionen von einem Toilettensitze auszubekommen. Was du jedoch unbedingt tun solltest, ist nach der Benutzung einer öffentlichen Toilette die Hände zu waschen, da der Grippevirus auf bestimmten Oberflächen bis zu 48 Stunden leben kann. Er könnte ganz einfach auf dich an einem Türgriff warten. Mythos Nummer 2 – Du solltest deinen Mund nach dem Zähneputzen ausspülen. Warte mal, was? Aber wir haben uns doch unser ganzes Leben lang die Zähne geputzt und jetzt stellt sich heraus, dass wir es falsch gemacht haben. Na gut, besser später als nie. Der Grund, warum du deinen Mund nicht gleich nach dem Zähneputzen mit Wasser ausspülen solltest, ist, dass es dazu führen kann, dass das Fluorid der Zahnpasta weggespült wird. Fluorid bildet einen Film über deine Zähne und es hilft die Zähne vor dem Verfall zu bewahren. Anstatt Wasser zu verwenden, ist es am besten eine alkoholfreie Mundspülung mit Fluorid zu verwenden, um den Zahnpastaschaum nach dem Zähneputzen auszuspülen. Mythos Nummer 1 – Wenn du deine Haare rasierst, wachsen sie dunkler und dicker nach. Vielen Mädchen im Teenager-Alter wird gesagt, dass das Rasieren der Beine dazu führt, dass die Haare dunkler, dicker und schneller nachwachsen. Laut Kurt Stan, einem Biologen, der seit über 30 Jahren Haare studiert und das Buch Hair – A Human History geschrieben hat, schreibt, dass diese Tatsache nicht belegt werden kann. Ein Rasierapparat entfernt einfach dünne, ausgebleichte Haare und hinterlässt dicke Basen. Wenn sie weiter wachsen, scheint es, dass das neue Haar dunkler und dicker geworden ist. Aber mit der Zeit wachsen diese dicken Haare und werden so dünn, wie sie ursprünglich waren. Und, waren diese Mythen ein Teil deines Lebens? Wie fühlst du dich jetzt, wo du weißt, dass sie nicht wahr sind? Schreib's unten in die Comments. Das Video hat dir gefallen? Gib uns ein Däumchen hoch und klick auf Abonnieren, denn so kommst du mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da!